Vorfahrt vor die Bahn gibt es nur mit uns Grünen. Wir wollen einen besseren Betreuungsflüssel und bessere Qualität für die Kitas. Grüne muss man wählen, wenn man mehr direkte Demokratie will. Wir wollen Volksentscheide auf Bundesebene. Umwelt und Naturschutz sind gerade in dieser großen Koalition unter die Räder geraten. Damit sich das ändert, braucht es Grün. Massentierhaltung ist mir nicht wurscht, deshalb wähle ich Grün. Wir stehen für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft, wo jeder Mensch seine Chance hat, egal wo er herkommt, welche Sprache er spricht, welche Hautfarbe, welche Religion. Der Klimawandel ist die große Herausforderung unserer Regeneration. Wir sind die einzige Partei, die dieses Zukunftsthema wirklich ernst nimmt. Darum Grün. Untertitelung des ZDF, 2020